so herzlich willkommen zu meinem video blog mein name ist miramann im roten anzug heute möchte ich euch eine weitere technik des energy flow vorstellen und zwar es ist eine reihe von techniken es heißt die macht der wörter die macht der wörter wörter haben nämlich eine ganz große macht heute das wort ist fehler es ist bewusst so geschrieben fehler für die meisten menschen ist das wort fehler ein sehr negativ besetzter begriff macht bloß keinen fehler ich empfinde fehler als ein sehr sehr positive sache ich sage auch warum fehler ist für mich eine eine zusammensetzung die definition ist wie folgt es fehlt an erfahrung es fehlt an erfahrung wenn ich die erfahrung gemacht hätte würde ich das gleiche nicht noch mal tun da wir aber in diesem bereich ja unerfahren waren man diesen fehler begangen aber es ist ja eine farbe fehlte genauso wie ein kind ein kind muss mal die brennende kerze mal berühren mit dem finger um zu erfahren dass es weh tut es fehlte an erfahrung wenn das kind das ein zweites mal tut dann sollte man sich wirklich gedanken machen ob es keine schmerzen spürt oder die intelligenzfrage stellen aber soweit wollen wir jetzt nicht denken es fehlt an erfahrung deswegen ist bei mir so dass ich sehr gerne fehler mache aber den fehler nicht noch einmal mein einmal aber nicht ein zweites mal machen dafür einen anderen fehler dabei wünsche ich dir dass du sehr viele fehler machst damit du noch mehr erfahrung sammeln kannst damit du noch weiser wirst und deswegen auf eine fehlerhafte zukunft viel spaß dein mira